Nun zeige ich Ihnen von der Firma Scout die KS100 Radio Antenne. Diese Antenne ist für Mittelwellen- und ÖKW-Radio geeignet. Wir sehen hier einmal den Antennenstab. Der ist flexibel, lässt sich leicht biegen. Wir haben hier ein 4 Meter Antennenkabel. Das wird an den Halter direkt angeschlossen. Und hinten ins Radio gesteckt. Hier sehen wir den Montagehalter. Der wird auf Decke gesetzt mit drei Schrauben. Und die Antenne kann oben einfach eingeschraubt werden. Das ist eine sehr schöne, kompakte Antenne. Und lässt sich leicht installieren, dadurch dass sie so flexibel ist. Hält sich auch lange an Bord durch. Sobald man gegenstoßen kann oder ähnliches. Sie bricht nicht gleich ab. Gelschland Gelschland